Phil Fishers 15 Bewertungskriterien für die Aktienanalyse, Teil 2 Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und im zweiten Teil kümmern wir uns nun um Regel Nummer 8 bis 15 von Phil Fishers 15 Investmentkriterien, die ihr in dem Buch Common Stocks und Uncommon Profits auch nachlesen könnt. Worum geht es? Es geht darum Aktien besser bewerten zu lernen, um eben dann auch wenn man auf Einzelaktien setzt, wo ja wesentlich mehr Arbeit drin steckt, als wenn man jetzt einfach nur passiv in ETFs investiert, auch besser einschätzen zu lernen, ob ein Unternehmen mit dem man sich beschäftigt in Zukunft noch ausreichend Wachstum hat, denn Phil Fisher wird ja als Father of Growth Investing auch beschrieben. Dann legen wir gleich mal mit Regel Nummer 8 los heute und zwar geht es hier darum, wie die Beziehungen innerhalb des Managements sind, wie die Kultur im Unternehmen allgemein ist und wie das Ganze in Bezug auf Beförderungen und das Gehalt und so weiter, wie sind da die Strukturen im Management Bereich und je besser, desto besser natürlich auch für die Aktienbewertung. Es ist also hier kein quantitativer Faktor, an der man ganz einfach erkennen kann, wie ist die Kapitalrendite, sondern hat sehr viel damit zu tun, wie die Kultur in einem Unternehmen ist und das ist natürlich nicht einfach zu bewerten. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass ein meritokratisches System in vielen Fällen zu bevorzugen ist, gerade in der heutigen Zeit kann es sich ein Unternehmen nicht mehr leisten, einfach nur einen Entwickler oder irgendjemand anders zu befördern, weil er schon 20 oder 30 Jahre im Unternehmen steckt, sondern es geht in einem Unternehmen ja nicht darum, Mitarbeiter einzustellen und dann Aufgaben für diese Mitarbeiter zu finden, was ja leider allzu häufig der Fall ist. Horst Lüning nennt sowas ja dann Bullshitjobs, sondern es geht darum, die Aufgaben, die man zu lösen hat für die Kunden, mit dem passenden Personal zu besetzen. Meritokratisches System, das habe ich zum ersten Mal in diesem Kontext hier gelesen, in diesem Buch hier, Dream Big von Christian Correa über die drei Gründer von 3G. Und das bedeutet im Endeffekt, dass man befördert wird anhand der Leistungen, die man bringt und dass man auch sich als jüngeres Mitglied in einem Unternehmen an diesem Unternehmen beteiligen kann, wenn man eben ordentlich Leistung erbracht hat. Vielleicht ist das nicht für jedes Unternehmen gut geeignet, aber ich finde insgesamt ist gerade in der heutigen Zeit sowas enorm wichtig, weil die Zeiten sich natürlich auch sehr schnell wandeln und deswegen brauchen halt immer die besten Leute. Dann gucken wir uns mal das Thema an, wie ist eigentlich die Bezahlung beim Management. Hier ist es mir persönlich immer am wichtigsten, dass der Aktienkurs eines Unternehmens parallel läuft zur Bezahlung des Managements oder natürlich ist es auch überhaupt kein Problem, wenn wir ein Management haben, was geringes Gehalt bekommt und trotzdem hervorragende Arbeit leistet und der Aktienkurs nach oben geht. Okay, aber ich habe überhaupt nichts gegen ein enorm hohes Gehalt, wenn eben die Ergebnisse für Aktionäre sehr gut sind. Aber da gab es mal eine Statistik von Dividendenadel neulich zur Deutschen Bank, dass irgendwie die Management-Boni um den Faktor 100 oder 10 irgendwie größer waren als die Ausschüttungen an Aktionäre. Okay, und da weiß ich also schon allein an diesem Punkt, dass ich nicht mein Geld dort investieren werde. Man kann zum Beispiel auch auf der Seite Morningstar sich hier die Management-Compensation genau angucken. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die Firma Apple und dann können wir für jedes Jahr ganz genau sehen, wie viel hat welches Vorstandsmitglied verdient. Wir sehen hier zum Beispiel 2014 war anscheinend ein sehr gutes Jahr, da hat Tim Cook zum Beispiel 9,2 Millionen verdient und jetzt im Jahr 2017 hat er ein bisschen weniger verdient, nämlich 12,8. Nee, beziehungsweise er hat mehr verdient, aber insgesamt war das Management-Compensation geringer als sonst und das kann man hier zum Beispiel anhand dieses Charts sehen. Und wenn ich mir dann daneben den Apple Stock Price anzeige, den hat Morningstar hier gleich netterweise noch mit unten drunter, dann kann ich ja dort schon mal sehen, okay, ist eigentlich die Art und Weise, wie das Management auch sich selbst regelt und in Bezug auf den Aufsichtsrat und so weiter, so dass das Ganze in einem gesunden Fahrwasser möglich ist oder betreibt hier irgendjemand einen riesigen Haufen Bockmist. Und um dann ein Negativbeispiel auch mal zu zeigen, habe ich hier mal den Konzern Viacom rausgesucht, okay. Wenn ich jetzt sehe, dass Viacom eigentlich im 2014, im Oktober einen Aktienpreis von noch über 85 Dollar hatte und sie jetzt mittlerweile nur noch auf 30 Dollar sind, ja, also so um 50, 60 Prozent oder so gefallen sind. Wenn ich dann aber gleichzeitig lese, dass der Viacom-CEO, der zwar jetzt nicht mehr CEO ist, aber es war, in der Zeit irgendwie 500 Millionen Dollar fast insgesamt verdient hat und jährlich mit irgendwie 85 bis 90 Millionen Dollar zu den bestbezahltesten CEOs gehörte, dann weiß ich natürlich schon von Anfang an, dass ich hier nicht investieren werde. Weil wie passt sowas bitte zusammen? Die Geschäftsentwicklung und das Gehalt des Managements. Wenn es um den Punkt Beförderung und Kultur geht, ist es natürlich immer sehr schwierig. Man kann hier die von Fischer propagierte Scuttlebutt-Methode anwenden, dass man also Konkurrenten und Mitarbeiter von anderen Firmen und so weiter und Kunden, Lieferanten und so befragt, wie sie eben das Unternehmen und die Beziehungen mit dem Unternehmen einschätzen. Das ist natürlich mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Ich wüsste jetzt zum Beispiel auf Anhieb nicht, wie man jetzt herausfindet, ob sie eine gute Beförderungskultur in diesem Unternehmen haben. Wäre vielleicht interessant von Leuten zu hören, die hier den Kanal schauen und die in größeren Unternehmen arbeiten, wie das dort bei euch gehandhabt wird und ob ihr damit zufrieden seid und wie allgemein so die Kultur im Sinne von Beförderung und so weiter bei euch ist. Weil es ist natürlich immer enorm wichtig, dass Leistungsträger auch die Möglichkeit haben, befördert zu werden, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die sich dann sagen, okay, dann gehe ich eben woanders hin, wo ich auch tatsächlich dann mehr Herausforderungen habe, mehr Gehalt bekomme und so weiter. Regel Nummer 9. Hat das Unternehmen eine ausreichende Management-Tiefe? So definiert das jedenfalls Phil Fischer. Und damit ist gemeint, gibt es nur einen CEO, von dem alles abhängt oder hat dieser CEO auch im quasi Rücklagen geschaffen, indem er wichtige Aufgaben delegiert hat und indem ihm auch sozusagen Management unter ihm wirklich ausreichende Kompetenz hat, im Zweifel das Unternehmen weiterzuleiten. Ein Vorzeigebeispiel ist hier natürlich mit Berkshire Hathaway zu nennen. Wir haben zwar hier natürlich Warren Buffett und Charlie Munger, die immer noch die Fäden eigentlich so im Großen und Ganzen beisammen haben. Wenn wir uns aber jetzt, und das kann man mal einzeln recherchieren, ich habe es für euch für dieses Video getan, wenn man sich mal anschaut. Wir haben mit Ajit Jain, den Vice Chairman of Insurance und Re-Insurance, der also im Prinzip schon einen Großteil des Versicherungsgeschäftes für Berkshire Hathaway erledigt, der auch wesentlich jünger als Warren Buffett und Charlie Munger ist und der auch schon seit Jahren bei Berkshire arbeitet. Dann geht es weiter, wir haben Greg Abel, den Vice Chairman of Berkshire Hathaway Energy, der also diese gesamten Geschäfte im Bereich Energy erledigt und den habe ich auch auf den Hauptversammlungen jetzt schon zweimal erlebt, ist ein Mann, der auf jeden Fall Kompetenz hat. Ich kann mich erinnern, um ein kleines Beispiel zu nennen, da kam eine Frau auf der Hauptversammlung, die sich beklagt hat, dass Berkshire Hathaway viele Grenzwerte anscheinend nicht einhält bei bestimmten Energievorgaben und so weiter. Und dann hat er in Vorbereitung auf die Hauptversammlung schon eine perfekte Präsentation mitgebracht, wo er die Frau vor der gesamten Aktionären widerlegt hat und gezeigt hat, dass Berkshire Hathaway Energy viel mehr tut für die Umwelt, als überhaupt von der Regierung gefordert wird, was die Grenzwerte und so weiter angeht und ist also jemand, der sehr kompetent direkt schon vorbereitet ist auf eine Frage, sodass im Prinzip die Kritik überhaupt gar nicht erst aufkommen kann. Und dann haben wir natürlich noch die beiden Investmentmanager, Todd Combs und Ted Weschler, die beide finanziell schon komplett unabhängig sind, beides vorher Hedgefondsmanager waren, aber trotzdem lieber jetzt für Berkshire arbeiten. Stellt euch vor, ihr habt hier einen Multimillionär oder sogar Milliardär, der sich einfach sagt, ich habe so viel von Warren Buffett gelernt, dass ich erstmal mir so ein Dinner mit ihm kaufe für 2,6 Millionen und dann auch noch lieber für Berkshire arbeite und für die Aktionäre als selbst einfach nur weiterzumachen. Solche Leute arbeiten eben dort und das Ganze dann natürlich noch verpackt in einer Unternehmenskultur, wo der Sohn von Buffett, Howard Buffett und Bill Gates, der langjährige Freund von Buffett, auch im Aufsichtsrat sind und eben dafür sorgen, dass auch nach dem Tod, der natürlich noch hoffentlich lange in der Zukunft liegt, die Kultur aufrechterhalten bleibt. Das heißt, damit mache ich mir überhaupt keine Sorge. Jetzt ist aber die spannende Frage, nehmen wir doch mal so eine schillernde Gestalt wie zum Beispiel Elon Musk, wo man ja eigentlich noch nicht mal irgendeinen anderen Manager von Tesla eigentlich kennt, jedenfalls wenn man sich nicht mehr viel mit dem Unternehmen auseinandersetzt. Und dann kann man hier zum Beispiel mal gucken, Jeffrey Brian Strobel, Teslas Technikchef. Dann guckt man sich an, wer ist das überhaupt? Wie lange ist der im Unternehmen? Ihr könnt dann auch zum Beispiel einfach mal zu YouTube gehen. Ja, YouTube ist ja auch so eine Möglichkeit, die damals Phil Fischel noch nicht hatte, um diese Scuttlebutt-Methode zu nutzen. Ja, wenn ich jetzt einfach mal hier seinen Namen kopiere, Jeffrey Brian Strobel, weil wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, ständig bei denen anzurufen, obwohl wir das natürlich versuchen können, aber wir können durch YouTube uns natürlich trotzdem einen Eindruck machen. Und jetzt habe ich hier ein Video zum Beispiel von diesem JB Strobel und kann mir also in 52 Minuten mal angucken, was der so erzählt und was der auf dem Kasten hat und mir einen besseren Eindruck von dieser Person machen. Und dann habe ich hier in dem Manager Magazin noch andere Leute, die bei Tesla arbeiten und kann mir einfach das Senior Management, hier zum Beispiel der Deepak Ahuja, der sich um die Tesla-Finanzen kümmert. Aha, wer ist denn das? Und so weiter. Und dann muss ich mir einfach viel Arbeit machen, um das Management mehr und mehr zu überprüfen, um dann zu entscheiden, ja, wenn Elon Musk mal nicht mehr da sein sollte, kann das Unternehmen weitermachen. So wie es Simon Betschinger als größtes Risiko von Tesla bezeichnet hat im Podcast über Tesla, den wir am Montag gerade hochgeladen haben. Das aber nur am Rande. Kommen wir jetzt mal zur nächsten Regel. Und zwar, wie gut ist die Kostenkontrolle und Kostenanalyse des Unternehmens? Ja, hier führt im Endeffekt nichts dran vorbei, ist auch die Arbeit, die mir immer am wenigsten Spaß macht, nämlich sich die Bilanzen, das Cashflow-Statement und so weiter anzuschauen und das Ganze dann halt auf Herz und Nieren zu prüfen, vor allem aber auch mal zu gucken in den Jahresabschluss, wie genau das Unternehmen überhaupt die einzelnen Kosten auflistet. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn das Unternehmen so hier ziemliche Abkürzungen nimmt und ganz viele Kosten einfach nicht richtig aufschlüsselt und aufgliedert, möglichst genau, dann ist hier schon oberste Vorsicht angesagt, okay? Also, oder beziehungsweise Obacht. Ob, ist das ein Wort? Ist ja auch egal. Man kann das Ganze auch so ein bisschen abkürzen anhand des Piotrowski-Scores. Das ist ja auch ein Score, habe ich ja schon Videos dazu gemacht, der sich sehr viel auf operative Kennzahlen und quantitative Faktoren konzentriert, wo man also wirklich messen kann. Und wenn ich jetzt mir zum Beispiel mal Amazon angucke, was ja immer noch in der Wahrnehmung von vielen Leuten so ein Konzern ist, ja, wächst zwar unglaublich schnell, aber die machen ja keine Gewinne und der Bezos, der investiert immer nur die ganze Zeit, aber die Firma insgesamt ist total überschuldet und so. Nicht wahr. Wenn man sich nämlich den Piotrowski-Score von Amazon zum Beispiel anguckt, dann sieht man, dass sie hier fast die höchste Punktzahl erreichen. Neun Punkte haben fast keine und acht, auch nur sehr wenige Konzerne. Und Amazon hat hier immerhin sieben Punkte erreicht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute operative Leistung, die Amazon hier also finanziell auch hinlegt. Und auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Aktien. Und man kann hier natürlich selber überlegen, hat jetzt ein Unternehmen einen Piotrowski-Score von vier oder nur noch drei, woran liegt das dann genau? Und welcher dieser Score-Punkte ist so niedrig, dass es hier so runtergezogen wird? Und dann muss jeder Investor natürlich die Entscheidung treffen, ob derjenige einzelne Grund aussagekräftig ist oder verkraftbar ist. Weil bei mir ist zum Beispiel immer der Punkt, wenn ich in ein schnell wachsendes Unternehmen investiere, dann ist mir der Gewinn, der gerade gemacht wird, nicht so wichtig. Aber wenn ich in ein Start-up oder irgendein Unternehmen investiere, dann, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Diskussion gehabt neulich, potenziell in ein Start-up mal zu investieren, was nichts mit Börse zu tun hat. Und wenn ich mir dann die Bewertungen anschaue, die die Gründer dort verlangen und haben, dann will ich natürlich im Gegenzug, wenn ich sozusagen ein ganz neues, ungetestetes Geschäftsmodell habe, mit noch gar keinen bis wenigen Umsätzen, dann will ich natürlich irgendeine Kompensation haben. Also zum Beispiel ein rasantes Nutzerwachstum. Okay, also da müssen natürlich irgendwelche anderen Werte dann im Vordergrund stehen. Und welche das sind, muss jeder Investor immer selber rausfinden. Regel Nummer 11, gibt es noch andere Aspekte, die bei der Konkurrenzanalyse wichtig sind, die besonders die Eigenarten innerhalb eines Sektors, einer Branche und so weiter betreffen. Was hier Fischer im Buch direkt vorschlägt, ist zum Beispiel Konzerne, die hohe Versicherungskosten haben. Also zum Beispiel nehmen wir mal Airlines. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt besonders hohe Versicherungskosten haben, aber ich könnte es mir vorstellen. Und dann könntet ihr anfangen zu vergleichen, welche Airline hat zum Beispiel besonders niedrige Versicherungskosten, weil die irgendeine Art von Wettbewerbsvorteil haben, weil sie zum Beispiel in der Holding gegliedert sind oder weil sie zum Beispiel schneller Kapitalerhöhungen durchführen können oder auf irgendeine andere Art und Weise Vorteile haben, dass sie geringere Versicherungskosten haben. Oder ihr vergleicht zum Beispiel mal die Pharmaunternehmen und guckt euch nur erstmal den Wert von den ganzen Pharma-Patenten an. Und dann könnt ihr überlegen, okay, ist jetzt zum Beispiel der Wert der Patente von Bayer wesentlich mehr wert als der von Pfizer und so. Also einfach die Besonderheiten in einzelnen Nischen miteinander abgleichen und dann gucken, gibt es hier irgendein Kriterium, wo einer einen größeren Vorsprung hat vor anderen, okay. Also um ein Beispiel zu nennen, Ryanair ist mit dem Sitz in Dublin, also in Irland, schon von Hause aus mit einem viel niedrigeren Steuersatz belastet als beispielsweise viele andere Airlines in Europa. Und das ist ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wenn ein Unternehmen aus einer Branche eine viel niedrigere Steuerbelastung hat, also wenn andere irgendwie 25 oder 35 Prozent Steuerbelastung haben, aber der andere nur 10 Prozent, naja, wenn was kein Wettbewerbsvorteil ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay, Regel Nummer 12. Hat das Unternehmen und das Management eine eher kurzfristige oder langfristige Orientierung anhand der Gewinne? Hier kann ich euch nur wirklich raten, wenn ihr mal wirklich das Thema Investment in seiner Tiefe verstehen wollt, ja, das soll jetzt nicht irgendwie lehrerhaft klingen oder so, dann schaut euch auf YouTube dieses Video an, Interview Amazon CEO Jeff Bezos mit Business Insider vom 15.12.2014, wo er so wirklich mal richtig intensiv über das Thema Aktien, Börse und Investieren spricht. Absolut phänomenales Gespräch, da kann man so viel lernen. Ich finde auch in diesem Video nicht nur Jeff Bezos sehr gut, sondern auch den Interviewer sehr gut, der selbst Investor bei Amazon ist und der Gründer auch von Business Insider ist, also selbst auch ein Unternehmer. Und das merkt man auch, dass einfach die Fragen einfach eine andere Ebene haben, wie die, die normalerweise so von Journalisten und so getätigt werden. Und dieser Mann auch überhaupt gar keinen so Respekt vor Bezos in dem Sinne hat, um ihn nicht einfach auch kritische Fragen direkt zu stellen und so. Und pingelt ihn auch und stichtelt ihn immer so ein bisschen so von wegen Profitabilität und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich ein sehensweites Gespräch. Und da gibt es eine Szene, wo Bezos sagt, warum soll ich den Samenkorn, den ich in der Hand halte, der so viel Wert hat, warum soll ich ihn auf, wenn ich ihn einpflanzen kann und in drei bis fünf Jahren enorme Ergebnisse mit diesem einen Samenkorn mache. Und das ist der Ansatz, den ich bei einer Firma sehen will, also eine langfristige Orientierung, weil der Aktienkurs, den wir jetzt von einer Firma sehen und den kannst du dir ja bei einer Aktienbewertung auch anschauen direkt, machen die meisten auch leider immer als erstes und dann meistens nicht so viele andere Sachen. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Dinge hier zu beleuchten, ist, dass der Aktienkurs jetzt ja nicht durch das bestimmt wird, was Bezos oder ein anderer CEO oder Management gestern oder vorgestern gemacht haben, sondern Amazon ist deswegen so krass gestiegen, weil über die letzten Jahre und Jahrzehnte so viel investiert und so viel gemacht wurde. Das heißt, du kannst dir von jedem Unternehmen, was du anschaust, den Aktienkurs anschauen und dann gehst du drei bis fünf Jahre mal in die Vergangenheit zurück und schaust dir die Management Guidance und die Geschäftsberichte und so weiter von drei bis fünf Jahren vorher an. Und dann kannst du eigentlich ganz gut abgleichen, passen die Ziele und das, was sich das Management vorgenommen hat, mit dem zusammen, was dort produziert wurde. Und was hat das Management als Begründung angeben, wenn der Aktienkurs richtig nach unten geht und das Unternehmen schlechte Zahlen meldet und so weiter. Und dazu kommen wir noch gleich. Regel Nummer 13 bedarf, dass Geschäftsmodell in der Zukunft immer mehr Eigenkapitalerhöhungen, so, dass im Endeffekt das Wachstum, was dadurch erzielt werden kann, für die bestehenden Aktionäre sich nicht wirklich groß auswirkt, weil ja deren Anteile immer mehr und mehr verwässert werden. Ja, wir alle wissen natürlich, dass das beste Geschäftsmodell das ist, was Warren Buffett mal erklärt hat, nämlich ein Geschäftsmodell, was ohne oder mit geringen Schulden gute Rendite auf eingesetztes Kapital erziehen kann und diese erwirtschafteten Gewinne dann wieder zu den gleichen Prozentsätzen wieder reinvestieren und erwirtschaften kann. Ja, das sind natürlich die optimalen Sachen. Also Beispiel natürlich Facebook hier zu erwähnen. Kann ich mir zum Beispiel hier die Average Shares Outstanding in Millionen anschauen. Also 2013 hatte Tesla im Durchschnitt 456 Millionen Aktien am Start. Leider nicht in meinem Besitz. Und dann im Jahr 2014 waren es zum Beispiel weniger. Hier gab es also anscheinend ein Rückkaufprogramm. Dann wurde es mal wieder ein bisschen mehr. Dann noch ein bisschen mehr. Dann noch ein bisschen mehr. Und wir sehen also, die durchschnittlichen Aktien sind leicht angestiegen. Also das ist hier überhaupt gar kein großes Problem. Das ist hier alles im grünen Bereich bei Amazon. Und das kann man jetzt zum Beispiel auch, wenn man es ins Verhältnis setzt zu dem Free Cashflow pro Aktie, zu den Gewinnen pro Aktie. Wie sind da so die Verhältnisse? Wenn ich natürlich sehe, dass hier ein Unternehmen massiv Kapitalerhöhungen durchführt und dann auch noch zu schlechten Zeiten, also wenn die Aktienkurse richtig hoch sind und gleichzeitig aber mit dem Gewinn pro Aktie und den Cashflows pro Aktie nicht wirklich viel passiert, dann sollten natürlich auch wiederum extrem die Alarmglocken leuchten. Regel Nummer 14. Spricht das Management offen, kommunikativ und begeistert zu Investoren, wenn es richtig gut läuft und wird aber schweigsam und zieht sich ein bisschen zurück, wenn es anfängt schlecht zu laufen oder duckt sich weg und beschönigt Dinge und nennt einfach die Probleme nicht beim Namen. Das sind ganz wichtige Sachen und auch Sachen, die Phil Fischel damals so rausfinden musste, dass er sich in sein Auto setzt und zu den Managements und so weiter hinfährt. Eine Sache, die wir einfach heutzutage zum Beispiel über Webcasts tun können. Ich habe mir jetzt einfach hier mal ProSieben rausgesucht, ohne jetzt hier eine Bewertung zu machen, aber ich habe einen kleinen Trick, den ihr anwenden könnt. Und zwar finde ich das immer super, wenn man zum Beispiel jemand reden hört, dann einfach die Ergebnisse dieser Person daneben stehen zu lassen. Das heißt, ihr könnt euch hier zum Beispiel jetzt den Webcast zur Geschäftssituation von Februar 2018 von ProSieben anschauen und daneben setzt ihr euch die Aktie und den Kurs der letzten 5, 6 Jahre und dann guckt ihr im Endeffekt, okay, wir sehen seit 2016 ist der Kurs um die Hälfte, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte eingebrochen. Ein fettes Minus und jetzt will man natürlich rausfinden, was ist da genau passiert. Auch 2018 zum Beispiel ist es bisher überhaupt nicht so wirklich gut gelaufen und dann will man natürlich gucken, 2017 war auch kein gutes Jahr, also will man natürlich im Webcast wissen, was ist da los, was ist passiert. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel gefunden, Szene vom CFO spiele ich mal kurz ab. So, jumping auf page 30, das summarizes die key themes that we faced actually last year. As you know, we had a more demanding year in terms of our share price performance up until November, Also hier habt ihr den CFO, der auch über die Probleme gesprochen hat, die ProSieben hier 2017 hatte. Und jetzt könnt ihr natürlich euch noch mehr das Ganze anschauen und könnt gucken, okay, er hat jetzt gerade so quasi gesagt, es war eine unfavorable Geschäftsentwicklung. Warum sagt der nicht einfach, der TV-Markt wird schwächer? Ja, also da muss man natürlich wirklich dann genau aufpassen, was sagt er? Und stimmt das mit euch über, ist das im Endeffekt, was er sagt, eine gute Erklärung für das, was ihr an operativer Performance dann beim Aktienkurs seht? Und wenn ihr sagt, ja, finde ich, hat er gut gemacht, dann ist dieser Punkt erfolgt. Wenn ihr sagt, nee, war irgendwie zu schwammig und er hat die Analystfragen nicht ausreichend beantwortet, ist eher so ein bisschen ausgewichen oder hat den Analysten-Call gar nicht erst veröffentlicht, dazu kommen wir gleich noch, dann läuten natürlich mal wieder die Alarmglocken. Und da sind wir auch schon bei der letzten Regel, nämlich Regel Nummer 15, hat das Management eine unquestionable Integrity, wie Phil Fisher es nennt. Und das ist auch laut Fischer, laut mir auch die allerwichtigste Regel. Wenn ich jetzt also eine Kategorisierung da vornehmen würde, dann würde ich sagen, das ist für mich die wichtigste. Und zwar ist die Integrität des Managements gegeben. Und da gibt es natürlich immer wieder Fälle, wo man merkt, hm, hier macht eigentlich das Management etwas, was mir nicht in den Kram passt. Und dann wird es nicht gelöst, wenn man darauf besteht. Ja, man schreibt auch zum Beispiel Briefe oder also jetzt E-Mails natürlich oder man fragt und es wird einfach keine zufriedenstellende Antwort gegeben, dann muss man eigentlich schon wirklich darüber nachdenken, was ist hier los und macht es nicht Sinn, sich nach einem Management umzuschauen, was besser mit dem Geld umgehen kann, was man gibt. Weil grundsätzlich müssen wir immer wissen, ja, alle Assets des Unternehmens sind dem Management näher als uns Aktionären. Die haben den täglichen Einblick in alles. Die kontrollieren das ganze Geld und machen uns und so weiter. Und der Aufsichtsrat ist heutzutage bei ganz vielen Firmen nichts weiter als so eine Art Bestätigungsmaschinerie dessen, was das Management, also häufig tut man sich selbst nicht weh. Da muss man einfach mal das Buch lesen von David Einhorn, der unter anderem Hedgefondsmanager und auch zum Teil der Lehrverkäufe einsetzt. Der sagt, okay, wenn er sich anguckt, dass er die Probleme, die er herausfindet für ein Unternehmen, dem Aufsichtsrat, die ja verantwortlich sind, für die Aktionäre, wenn er das denen vorträgt und die aber überhaupt nicht seine Bedenken an das Management herantragen, dann kann man in diese Firma einfach nicht investieren. Und das ist das für mich so ein ganz wichtiger Punkt und jetzt zum Abschluss der Serie wollte ich auch nochmal sagen, ihr merkt, es gibt manche Sachen, die kann man relativ quantitativ und gut objektiv bewerten und es gibt viele Faktoren, die sind eben qualitativ. Da kann ich nicht einfach mal eben so eine Formel raufwerfen und dann irgendwie sagen, so jetzt habe ich ganz einfach rausgefunden, ob die Aktie gut oder schlecht ist, sondern ich muss mir eben Arbeit machen und ich muss eben mal so eine ganze Stunde lang so ein Webcast durchhören und dann eben das nächste Quartal wieder durchhören. Ja, das muss man machen. Und wenn ich in der Vergangenheit gucken will, muss ich mir eben die vergangenen Calls anhören und durchgehen. Da kann man sich auch so Ziele setzen, wie zum Beispiel, okay, heute höre ich den Call oder den Webcast. Das ist zum Beispiel mein Ziel, dass ich jeden Tag, wenn ich Gassi gehe, dass ich entweder einen Podcast, einen Webcast mir downloade und dann auch anhöre. Und so kann man einfach Stück für Stück vorgehen und dann auf einmal kann man auch eine viel bessere Entscheidung treffen. Aber es gibt eben ganz viele Punkte, die man eben nicht so einfach in eine Formel zusammenspecken kann. Das war es für die Videoserie. Ich hoffe, du hast trotzdem so einiges gelernt, Neues dazu. Selbst wenn du nur eine von diesen Regeln irgendwie verinnerlicht hast und besser anwenden kannst, dann hat es sich schon gelohnt hoffentlich. Und ansonsten schönen Dank an meinen Sponsor die Börse Stuttgart, die mich hier bei diesem Kanal finanziell unterstützen und damit ich diese Videos weiterhin produzieren kann. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.